Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Beer Mover Talk. Ihr wisst ja, Beer Mover bei Daimler Trak heißt, wir sprechen mit Menschen, die interessant sind, die etwas verändern, die etwas bewegen wollen. Heute habe ich einen besonderen Gast, Dr. Michael Scharer, richtig ausgesprochen. Dr. Michael Scharer ist schon über 20 Jahre in unserem munteren Konzern. Unter anderem kümmert er sich um Kostencontrolling im weitesten Sinne und Kostenengineering heißt es auch in der Funktion. Aber er ist heute hier, weil er Sprecher von Equal Germany ist. Equal Germany ist LGBTQI+, die Mitarbeiter-Community von Daimler Trak. Was heißt das, Michael? Ja, also das ist eine lange Abkürzung, die gibt es auch in verschiedenen anderen Abfolgen. Machen wir es mal kurz. Also L für Lesbien, also kommt halt aus dem amerikanischen Lesbisch. Dann LG, das G für Gay oder Schwul im Deutschen. Dann B für Bisexual. Und T für Transsexuell. Und dann das Q ist für Queer. Da haben wir im Deutschen nicht so einen direkten Begriff, weil es eigentlich wieder ein Sammelbegriff auch ist. Und das Stern, also dazu gehört, oder das A ist dann für Intersexuell. Und der Stern steht halt für weitere, zum Beispiel Asexuell. Also weil wir im Prinzip über dieses Gender Fluid oder Gender Identity gibt es halt noch weitere, ich sag mal, Begriffe, um das zu beschreiben. Und die werden da zusammengefasst mit dem Stern. Früher war das unter dem Begriff Glade zusammengefasst. Warum ist sozusagen diese Erweiterung der Begrifflichkeiten notwendig gewesen? Ja, also früher Glade, um es kurz zu erklären, für Gay and Lesbian at Daimler, nicht Daimler Truck, wurde 2009 gegründet. Also gab es jetzt schon 14 Jahre. Und ich sag einfach mal, in der Zeit, wo es entstanden ist, hat man halt im Prinzip schwul und lesbisch waren da die gängigen Begriffe. Und wir wollen natürlich hier ein Zeichen setzen, dass wir insgesamt bei der sexuellen Orientierung für alle offen sind. Und jetzt gab es ja diesen Spin-off von Daimler Truck. Das heißt, wir mussten jetzt sowieso entweder bei dem Glade noch ein T für Truck dranhängen oder dann haben wir gesagt, okay, schauen wir mal, wir haben ein amerikanisches Netzwerk. Das gibt es schon längere Zeit, Equal. Und haben uns dann entschieden, im Prinzip ein deutsches Chapter aufzumachen mit Equal Germany. Dann haben wir auch in der Begrifflichkeit einen neutralen Begriff. Und auch diesen Link, dass wir eben, wir sind ein Unternehmen und dann ist es auch gut, wenn wir im Prinzip, selbst wenn wir unterschiedliche Chapters haben, einen Begriff verwenden und einen Namen. Okay. Nun bist du Sprecher von Equal Germany. Was bedeutet diese Sprecherfunktion? Was ist das für eine Arbeit, die du da machst, ehrenamtlich? Ja. Also im Prinzip kam ich so ein bisschen wie die junge Frau zum Kinde. Also durch den Spin-off war erstmal der Truck-Teil im Prinzip weggebrochen. Ich habe eine Mitgliederliste geerbt und habe dann die Leute angeschrieben und peu a peu haben wir dann eine kritische Masse jetzt erreicht. Und was halt schön ist, viele auch neue Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten zwei Jahren von anderen Unternehmen kamen. Und die haben gefragt, wo ist denn euer Netzwerk? Dieses queere Netzwerk. Und durch die Neuen ist natürlich auch die jüngere Generation mehr vertreten. Ich repräsentiere so ein bisschen halt auch diese Transition von Glad to Equal. Ja. Und meine Aufgabe war es jetzt vor allem, eine Gruppe zu formen, uns bekannt zu machen, einen Sponsor zu suchen, so diese Aufbauarbeit zu leisten. Nicht ganz einfache Aufbauarbeit zu leisten. Wie groß ist die Gruppe derer, die sich da zusammengefunden hat? Ja, also 15 Personen engagieren sich mehr oder weniger aktiv. Wir waren theoretisch mal 40 Leute. Aber es ist halt, wie du gesagt hast, wir sind Corporate Volunteers. Also wir machen das in unserer Freizeit. Und ja, da ist es einfach nicht für jeden auch möglich, in dieser Phase jetzt sich aktiv zu beteiligen. Wie teilt ihr euch mit? Habt ihr die Möglichkeit, in Social Intranet bei uns zu gehen? Oder geht ihr extern in Social Media? Wie organisiert ihr euch da? Ja, also bisher, bis Mai, war es tatsächlich so, wir hatten eine Teamsgruppe, die auch geschlossen ist. Und haben dann für den Diversity am 23. Mai, haben wir dann unsere Intranet-Community publiziert. Und es gab dann jetzt auch ein Post dazu im Social Intranet von euch. Und das hat uns sehr geholfen. Also wir sehen jetzt einfach auch schon anhand der Follower. Also wir haben jetzt schon 90 Follower. Und es ist wichtig, einfach auch nach außen hin präsent zu sein. Also nun galt Daimler ja früher als relativ konservatives Unternehmen. Nun sind wir hier bei Daimler Track ja ein relativ munterer Konzern. War so ein Coming-out für dich schwierig? Es hat lange gedauert, weil ich das im Prinzip mal privat im Kleinen angefangen habe mit 17 Jahren. Aber auch nie so oft, nicht so, also nur bei einzelnen Personen. Und das gleiche habe ich dann bei Daimler Track gemacht. Und 2017 kam ich dann zu GLAD. Und 2019 habe ich dann beim Diversity Day GLAD vertreten. Also dann auch vor der Kantine vor dem CSD Truck. Und dann bin ich auch an dem Tag vorher zu meinem Chef und habe gesagt, ja, ich habe jetzt diese Funktion hier. Also da war ich ja kein Netzwerksprecher, aber ich vertrete hier das Netzwerk. Und ich möchte, dass auch das Team das weiß. Und dann haben wir das auch im Team-Meeting morgens angekündigt. Das war so der erste Meilenstein. Und jetzt halt durch das Social Intranet war ich dann ab dem Spin-off auch in der alten GLAD Community für alle 100.000 Mitarbeiter sichtbar. Hat es da negative Reaktionen gegeben oder nur positive? Ich muss sagen, eigentlich nur positive. Und dieses Coming-out-Thema macht man erstmal für sich selbst. Also man selbst ist vielleicht die größte Hürde. Aber es entsteht danach eine andere Nähe zu den Menschen, zu den Kolleginnen und Kollegen, weil die dann anfangen, ja, ich hätte doch mal eine Frage. Also es verbessert die Qualität der Beziehungen. Wie haben die Vorgesetzten reagiert oder der direkte Vorgesetzte? Ja, also es war reichartig, tatsächlich. Ich habe es ihm gesagt und dann war Schweigen. Es war so 17.30 Uhr und er hat es zur Kenntnis genommen. Und drei Tage später, nach dem Diversity Day, wollte er wissen, wie das war und war für mich wie ausgewechselt. Für mich war es schon komisch, wenn keine Reaktion kommt. Keinerlei. Ja. So wie, okay. Ja, stimmt. Und dann war aber das Interesse da, nachzufragen. Ja, genau. Inzwischen habe ich jetzt einen neuen Teamleiter und ist halt auch eine jüngere Generation. Er fragt regelmäßig nach und stärkt mich da auch. Und er hat mir auch eine positive Rückmeldung gegeben, dass ich insgesamt sichtbarer sei. Und ich glaube, dass einfach, dass das miteinander zusammenhängt. Also dass meine Sichtbarkeit jetzt als Netzwerksprecher auch meine Performance beruflich verbessert hat. Okay, nun sind wir im sogenannten Pride Month. Das müsstest du mal erklären, was das bedeutet und warum gerade der Juni Pride Month ist. Gut, also im Prinzip geht es auf 1990 zurück in Stonewall. Da gab es diese Rides, also diese Aufstände. Und der Pride Month hat sich halt etabliert, also so wie es halt ein Diversity Day gibt, der immer am 23. Mai gibt, hat man im Prinzip diesen Pride Month sind ja oft auch die CSDs, wobei das jetzt eine ganze, inzwischen ja schon den ganzen Sommer übergeht, die Christopher Street Day Paraden. Aber es ist halt eine Zeit der erhöhten Aufmerksamkeit auf das Thema. Und wird jetzt natürlich auch den sozialen Medien zelebriert, ist vielleicht der falsche Begriff, aber eben, man zeigt sich halt im Pride Month auch als Unternehmen da verstärkt, dass man sich um LGBTQIT-Themen kümmert. Nun machen manche Unternehmen ja, zum Beispiel im Social Intranet, gehen sie auf Regenbogenfarben und machen das sehr deutlich, aber nicht in allen Märkten. Warum ist das so? Gut, also wir sind ja jetzt, sagen wir mal, hier jetzt in Deutschland. Daimler Truck AG hat hier den Sitz. Hier ist natürlich, sagen wir mal, in Deutschland insgesamt eine offene Kultur. Aber man sieht zum Beispiel jetzt, ein Nachbarunternehmen hat die Regenbogenflagge eingefärbt, also Mercedes-Benz auf Facebook und dann kommen halt gleich Hasskommentare. Und das ist auch in Deutschland halt immer, ist auch noch ein Thema. Und wir sind natürlich auch in Märkten unterwegs oder haben Standorte in Ländern, wo die, ja die Akzeptanz noch nicht so weit ist. Und deswegen ist es so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Fährt man die Flagge in Regenbogenfarben, auch die Frage mit Pinkwashing, also machen wir es nur aus Profitgründen. Und da habe ich einfach jetzt ein gutes Gefühl, so wie wir es jetzt machen, wir zeigen uns. Wir sind aber noch dabei, glaube ich, diese neue Unternehmenskultur auch erst zu begreifen oder zu formen. Ja, klar. Aber da gehört ja zu einer modernen Unternehmenskultur auch eine große Offenheit. Alles andere wäre ja albern, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und hast du das Gefühl, dass wir da in unserem neuen Konzern auf dem richtigen Weg sind? Definitiv. Also ich möchte hier einfach auch mal das Diversity-Team nennen. Es sind drei Personen, multikulturell besetzt, auch von den Diversity-Themen verschieden. Und die machen einen super Job. Also ohne das Diversity-Team würde ich heute auch nicht hier sitzen. Die haben mich also gerade in der Durststrecke sehr unterstützt, dass ich dranbleibe. Haben auch einfach, wenn es um Infrastruktur oder jetzt um Verbindungen in die Kommunikationsbereiche, da haben die einfach super auch Verbindungen. Das ist jetzt mal so die Sichtweise Stuttgart, die ich jetzt halt auch hauptsächlich kenne. Mit den Werken ist sicherlich nochmal eine Herausforderung bei der Unternehmenskultur. Da wissen wir eigentlich noch gar nicht so genau, wo die Werke stehen. Aber wir haben ja einen großen Schwerpunkt in Amerika. Da, glaube ich, läuft das auch schon ganz gut. Ja. Und auch, wenn man auf LinkedIn schaut, auch Daimler Mexiko. Sehr präsent gewesen jetzt im Pride Month. Also durchaus. Und das ist ja auch nicht so zentral jetzt. Also dass jetzt Equal zentral gesteuert wird, sondern es kann natürlich auch Aktionen an den einzelnen Standorten geben. Kann man das denn eigentlich, du hast ja einen sehr anspruchsvollen Job, kann man eigentlich diese Aktivitäten, die hier ehrenamtlich sind, kann man das eigentlich leisten? Oder ist das nicht, wenn man kein großes Team hat, nicht ein bisschen sehr anstrengend, was man da machen muss? Ich kam jetzt schon ein bisschen an Grenzen. Man kann es dann leisten, wenn man sieht, es ist eigentlich eine super Plattform oder Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln. Also das ist so ein bisschen, also ich war sonst immer so im Hintergrund, habe koordiniert global, aber war nie so im Mittelpunkt irgendwo gestanden. Das war mir vielleicht sogar unangenehm. Und durch diese Sprecherschaft konnte ich jetzt das im Prinzip auch überwinden und neue Fähigkeiten entdecken. Und da kommt halt viel Energie her. Also aus großen Aufgaben kommt auch große Energie. Okay. Jetzt gibt es auch in Stuttgart einen Christopher Street Day. Engagiert ihr euch da auch? Das war natürlich jetzt auch eine größere Diskussion, die wir allerdings sehr spät angestoßen haben. Wir waren einfach durch die, durch den Spin-off hatten wir letztes Jahr noch gar kein Netzwerk. Jetzt haben wir ein Netzwerk. Also für dieses Jahr haben wir es noch nicht geschafft, weil wir einfach auch die Ressourcen noch nicht haben und auch die Strukturen jetzt zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen. Gehen wir nach Stuttgart, nach Berlin. Das haben wir uns jetzt für, ich sag mal so, ab Herbst vorgenommen, dass wir dann auch mit der Unternehmensleitung gemeinsam da zum Konsens kommen, was wir leisten können und auch wo wir präsent sein wollen. Aber ich werde natürlich auch gefragt von außen, warum seid ihr nicht in Stuttgart dieses Jahr? Also wäre für nächstes Jahr ein Ziel teilzunehmen? Ja. Fängt mit der Fahrzeuggestellung an, oder? Es sind ganz verschiedene Themen, genau. Also wir brauchen ein Fahrzeug, wir brauchen aber auch Personen, die dann auf dem Truck sind. Das würde in Stuttgart besser passen. Also wir wollen einen authentischen CSD-Auftritt und ich glaube, da kommen wir jetzt dann hin. Aber nicht eine Hauruck-Aktion hätte uns, glaube ich, fast eher geschadet. Kurze Frage zur Fahrzeuggestellung. Was wäre euer Wunschfahrzeug? Ja, schon eher Aktross. Also wenn, also wir sind natürlich jetzt mit anderen Aktrossen, von CSD Stuttgart da vertreten und auch noch von anderen Firmen. Also das Fahrzeug ist präsent, nur eben wir als Unternehmen müssen halt auch, ich sag mal, wir brauchen einen Slogan, wir brauchen einfach Personen, die das vorher vorbereiten. Und ich glaube, für nächstes Jahr sind wir alle bereit, auch das Unternehmen. Okay. Wie ist das Arbeitsverhältnis zu den Kollegen von der alten Muttergesellschaft? Also ich selbst habe manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, noch Informationen zu bekommen. Der Informationsaustausch ist mal gut und mal nicht so gut. Wie arbeitet ihr noch zusammen mit dem alten Netzwerk? Das war natürlich ein großes Thema, weil wir wissen natürlich auch, es gibt das Kartellrecht. Es gab aber auch eine Schulung dazu und da sind Diversity-Themen ganz offiziell ausgenommen von diesem, dass man nicht miteinander sprechen darf. Wir haben dann, und da bin ich dem alten Netzwerk von Gläts sehr dankbar, also wir treffen uns informell weiterhin einmal im Monat zum Stammtisch und tauschen uns einfach auch aus über, also wenn ich Fragen habe, wie war das früher, dann gehen da nicht die Rollaten runter, sondern Diversity-Themen, wie gesagt, sind erlaubt und wir machen da beidseitig auch nicht zu, weil ich bin ja auch bei 0711 liebt bunt. Das ist so ein Verbund der Netzwerksprecher in Stuttgart. Auch da tauscht man sich aus und das ist sehr wertvoll, gerade für so neue, für so einen Anschub für neue Netzwerke. Wenn ich Mitglied werden möchte bei Equal Germany, wie mache ich das? Ja gut, also am einfachsten ist natürlich, wenn man jetzt Equal Germany kennt, man geht auf die, also von Equal Germany auf die Community und da stehe ich und auch mein Co-Lead, wir machen das zu zweiter Fabian, der leider heute nicht hier sein kann. Uns kann man direkt anschreiben, es gibt dann noch Equal Germany als Non-Personal Mailbox, kann man auch hinschreiben oder man kann sich ans Diversity-Team wenden und die verweisen dann an uns. Okay. Also mehrere Kanäle oder auch auf LinkedIn, da bin ich auch in meinem Profil sichtbar. Und wenn man noch zögerlich ist, wird auch vertraulich behandelt, wenn man sich meldet? Ja, also was wir halt, genau, vertraulich und was ich immer mache, ist mit jeder Person erstmal einen halbstündigen Coffee-Talk. Beidseitig brauchen wir Vertrauen, weil wir wollen natürlich auch, also die Community ist geschützt, also die, in der wir arbeiten und da muss man nicht geoutet sein und wir achten da auch sehr darauf, dass dieses Vertrauensverhältnis vorhanden ist. Natürlich weiß man dann mit der Zeit, bei wem das Outing kein Problem ist, aber sehr, sehr wichtig, dass ich weiß, wer kommt da ins nächste Netzwerk treffen und wo steht die Person. Wenn eine Kollegin oder ein Kollege Schwierigkeiten am Arbeitsplatz wegen seiner sexuellen oder ihrer sexuellen Orientierung hat, kann sie sich an euch wenden? Ja. Oder er sich an euch wenden? Natürlich erstmal an uns, aber dann würden wir natürlich auch, also da gibt es dann von Daimler auch, ich sage mal offizielle Stellen, die sind dann auch gelistet in unserer Community, aber vielleicht ist einfach mal so ein Vorgespräch oder so ein Gespräch, weil klar, wir können es vielleicht nicht, also wenn es in Richtung Mobbing geht oder so, dann sind es sehr komplexere Prozesse. Ja. Oder wir sprechen dann mit dem Diversity Office erstmal, was machen wir in dem speziellen Fall? Also, aber wir sind jederzeit für diese Themen einfach auch zum Austausch da. Wenn du in die Zukunft guckst, sagen wir mal so für das nächste Jahr, jetzt mal ab vom Christopher Street hier in Stuttgart, das ist ein Ziel, da wird er mitwirken, so. Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft? Mehr Offenheit, mehr Gesprächsbereitschaft von Vorgesetzten und auch von Vorständen? Ja. Was könnte da sein? Also das eine ist natürlich, dass wir wachsen und dass wir, also ich bin jetzt zum Beispiel im Juli ist Diversity Day in Gackenau und da bin ich jetzt eingeladen, einfach so einen Stand zu betreuen. Wir haben ja auch das neue DI Board, also ein Board, wo aus der ganzen Welt Personen rund um Diversity mitarbeiten. Das ist eine Initiative daraus. Und ja, was ich mir wünsche ist oder die Frage, die wir uns so ein bisschen stellen ist, wie ist es denn, wenn es um Führungskräfte geht mit dem Outing? Also wir wissen alle bei Apple zum Beispiel, ja, der Konzernchef ist geoutet. Also es ist kein Hinderungsgrund und einfach die Frage auch, wie unsere Kultur da sozusagen bei Daimler Truck ist. Da wir haben im Netzwerk queere Führungskräfte und die Frage, die wir uns halt stellen, ist ja, warum wir so wenig kennen. Ja, kommen die gar nicht zu Daimler Truck, weil die Unternehmenskultur ein bisschen vielleicht ruppig früher war oder als nicht ganz so offen empfunden wurde oder ist es reiner Zufall? Wir wissen es nicht. Und da ein bisschen mal rein zu leuchten. Ich habe vorhin mal überlegt, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gibt es eigentlich in Unternehmerkreisen eine herausragende Führungspersönlichkeit, die offen homosexuell ist oder sich dazu bekannt hat. Spontan fällt mir der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall ein, der ein sehr spätes Outing hat. Ja, ja. Aber sonst ist da in der Großen wenig, ne? Ja, also es gibt auch, also es gibt ja jede Menge Studien. In Deutschland sind weniger als 40 Prozent geoutet. Einfach insgesamt auch in Großbritannien, wo ich ein Jahr studiert habe, da war, da ist einfach, da sind über 60 Prozent geoutet und manche Unternehmen machen sogar Umfragen. Wie ist das? Also oft ist man bei seinem Chef, Chefin geoutet, aber dann halt nur so partiell. Ich glaube, da können wir bei Daimler Truck vielleicht noch jetzt auch durch unsere Arbeit einfach zeigen, ja, das ist kein Hinderungsgrund. Im Gegenteil, es lädt sich leichter danach, wenn man geoutet ist. Ich kenne es auch aus der Politik, auch da ist noch ein großes Problem. Also wenn ich so an bestimmte CDU-Bereiche denke, wo das ja, da fällt mir spontan nur Ole von Beuys ein, der offen war und sich geoutet hat, aber auf der anderen Seite auch dadurch Schwierigkeiten intern bekommen hat. War nicht so ganz easy für dich. Also für mich war damals Guido Westerwelle so das Rollenmodell, das war schon für mich beeindruckend und wenn wir da im Unternehmensumfeld auch noch Rollenmodelle bekämen, glaube ich, würde es allen helfen. Gut, was kann ich als Schirmherr für den Pride Months noch machen, noch ein bisschen mehr Aktivitäten entwickeln? Also wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber wir sind total begeistert, allein jetzt heute, dass ich hier sein darf, aber auch auf LinkedIn haben wir jetzt auch schon einen Post gemacht. Wir haben im Social Internet einen Post gemacht. Ich glaube, das ist schon innerhalb der letzten vier Wochen haben wir also sehr viel da bewegt und ich glaube, da kommt auch noch mehr. Okay, haben wir noch was vergessen, was noch unbedingt gesagt werden muss? Ich würde sagen nein. Okay, dann sage ich erstmal schönen Dank für dieses gute Gespräch und freue mich auf das nächste Gespräch und wenn wir uns wieder treffen und über gemeinsame Aktivitäten nachdenken, was wir tun können für Equal Germany. Ja. Das war der BMOver Talk. Equal Germany ist jetzt hoffentlich ein Begriff. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja auch. Das freut mich. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinguckt bei BMOver. Immer interessante Persönlichkeiten, interessante Gesprächsthemen. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020